7 es klappt noch mal eben runter ja hier ist Lord Auer hier ist Lord Auer Lord Auer hier ist Lord Auer er schlägt mich hier du hast du ihn auch gerufen Lord Auer hier ist ein Brunner Fontäne der Tränen eine Fontäne Vorsicht wenn du da in die Grütze stehen bleibst kriegst du Schaden solange die leuchtet stimmt ich bleib hier an der an der unteren Wand kommen wir uns nicht so im Weg Stück Grütze a jetzt kommt dieses solchen Wichser hier wo solche Wichser die Wettbewerb solche gut sehr schön jetzt kann ich doch noch drin stehen Alter Hartfried Brett Hartfried ja man Alter das ist kein Kaffee Acid Beast Alter das ist kein Kaffee Kettriff so ich bin weg teleportiert hier sehr schön den hast du es auch um Hand dass auch ein weißer Schaden ne weise nö nö den Dreck kannst du behalten du Dreck du Dreck schweig ach starker Hartfried kann ja was kannst du mal herkommen ja mein Kind na komm doch mal her kannst du mal die Tür öffnen da ist ein Goldsack dahinter gold Goldsack komm her Goldsack Aua vom Baken ja 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 eben das war so Romana komischer so was man hat den Aufmerksamkeit nach Bordel Mann am Abend ich bin was sie lieben wir haben aber noch mal ab Welt ich finde und nach die machen wohl Feuer jetzt mehr vorher Die können nicht auch sagen, die sagen Du hättest auch gut nachvolltonen können Ich sage, das haben die selber gemacht wahrscheinlich Die haben keine Kosten und Mühen gescheut Die gehen aber nicht zurück Die schlagen mit ihrem Bugler hier ein Nein, ich bin eingesperrt Ich werde jetzt drauf gehen Nein, 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 wo bist du? Ah, um der Ecke Ich auch Nein, geh weg Kannst du ein Portal aufmachen schnell Ich versuche rauszugehen Hast du ein Portal mit? Äh, ja Ich komme Selbst wenn du draufstellst Kann man, wenn man stirbt Gleich wieder hin So Okay Alter Bist du in Sicherheit? Wen hast du denn angelockt? Na, ich bin einfach um die Ecken gegangen Die haben mir am Arsch rumgeklebt Und dann Wollte ich um die Ecken Aber da waren Gargoyle, die sich versteckt haben Und dann war ich eingesperrt Ich brauche ein paar Heilungen Oh Gott Oh Gott Was lebt dich, mein Freund? Oh Mann Man ist ja hier nur Nur am Heilungsflug Ja Ja Wow, was kann ich tun für dich? Ah, denn mal dieses ekelhafte Gegen Geld Gegen Geld? Gegen Geld Hat er nicht irgendwas Vernünftiges jetzt hier? Oh Mann nicht Oh Mann nicht Okay So Oder haben wir so einen Hut oder so? Einen Rudolf? Einen Rudolf Opa, ja Ich glaube man muss hier erst ein bisschen Geld sparen Um mir wirklich irgendwas kaufen zu können Okay, Townportal habe ich noch Ja, ich auch Ich will erst mal meine Sachen zurückhaben Mein Geld Alles was da rumliegt Geld Gold Ich habe jetzt Du musst mich schützen Ich habe jetzt keine Waffe Ladies first Okay Du musst sie alle umhauen Obwohl ich kann Ich komme gar nicht zum Hauen, Alter Ich kann mittreten, kann ich sehen Den habe ich getreten, hast du das gesehen? In die Fresse So und jetzt hier runter? Ja Und dann da irgendwo bin ich gestorben Andere Seite Genau von hinten rum Von hinten Das waren ja gar nicht so viele Die sind wahrscheinlich noch um der Ecke Ja, in dem Raum hier drin Da ist ein fliegendes Tricks Gargoylechen Ah, okay Ja, meinen Bogen habe ich wieder Ja, denke mein Geld zum Teil Aber meine Rüstung ist vollkommen In die andere Welt White Armor of the Sky Helm of the Eagle, okay? Muss ich mir mal angucken Das ist meine Rüstung mit einem Zuhörer Dachte, wo ist die denn? Okay, ich dachte, das tut eine Sammeldung, Dixer Da fasziniert die Klingel Und der ist mal alle Klingel Klingel da Klingel da Ich muss schon sagen, weil der ist doch nicht kaputt Weil die Split ist eine Body Tribes irgendwas Oh, ein Geist ist irgendwas Mit Body Klappe Oha Oha Ich komme mit drin, das war Ja Hey, Leute Da sollte man nicht drin bleiben Oh Gott So Oh Alter Scroll of the Stone Curse Okay Versteinern oder was? Versteinern wahrscheinlich, ja Okay Okay, wir müssen hier ein bisschen Ein bisschen Vorsicht wieder ran, glaube ich Ja Weiß ich Ich kümmere mich um die Schießer hier Oh Gott Oh Gott Kannst du meinen Bogen reparieren? Bestimmt, ne? Ja Wo ist denn der? Da 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 Ich danke dir, mein Held Ich zahle in der dunklen Ecke Dann später Ich muss mein Schild reparieren Was wir hier an 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 Heiltränke Wecksniffen Vielleicht Hast du noch? Was? Wie viel Hast du noch? Äh 14 Hast du noch 2 Oder so Da Ich hab nur noch 3 Grad An Das ist doch nicht mehr normal Lecker Lecker Oh Okay, da hast du eine extra Orgie verdient nachher Geil So Ich muss echt ein bisschen Oh, ich krieg hier Ich weiß ja nicht, ob du gefühlt viel Damage bekommst Ja Ah, ich denk schon, ne Schon wieder die Penner, Alter Gut, wenn man sie trifft, geht's ja Ja Scheiß Gargolz Sehr schön Gargolz Aber ich treffe jetzt sie gar alt her Von 3 Seiten bekloppt Komm, man Bogen in die Fresse Also, bei mir Sieht's eigentlich eher danach aus, als wenn ich dich nicht treffe Weil ich ein bisschen aufpasse Ich glaube, sag ich's Schon kommt da irgendwas Was war das? Ein Kackstab Verpisst euch mit eurem Pissweißen Kackstab Wann das? Zum Rühren? Na, den kannst du im Arsch stecken und ihn mal umrühren Ja Ein bisschen in den Katakomben Den Kackakomben Kackakomben Oh, ne, die fisten mich hier, älter Ist der Helm auch schon kaputt? Eieiei Oh Gott, die dürfen uns nicht unbezingeln lassen Nee, raus hier Warum läuft der da so wie so ne Schwuchte, alter? Der soll rennen Komm her, du Stück Dreck Oh Gott Na also Also mal ganz ehrlich Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein Ja Ähm Was? Ich glaube, wir sollten irgendwann mal uns große Heiltränke zulegen Ja Weil das ist ja echt nicht mehr normal Sei mir nicht böse Ist hier noch irgendwas? Nö Nö In Peace Ich verstehe auch nicht, warum Hier, ähm Questmäßig Wir müssen doch eigentlich ein Leitfaden haben Irgendwie So, das sieht ja schon mal halbwegs clean aus hier It's cleaning man Halleluja So unten Auf Deutsch heißt es doch, es regnet Männer oder nicht? Ja Ja, naja, auch nicht Ich dachte immer, es regnet Mann Ist das wieder so Man, warum sollte man sich da freuen? Oh Mann, hier ist wegen uns hängeln Oh Ich komme nicht mehr raus Doch Oh Gott Geh mal hier unten Falscher Weg Nein, falsche Idee Scheiß Idee Weg hier Oh Gott nein Ich bin auch gerade hier ein bisschen In Mit Eltern Fist auf Sinn Die machen ja die Türen auf hier Ja Oh Hast du vorsichtshalber Ja Portal Ich bin Ich bin aus der Richtung, wo ich, wo wir getroffen sind Ich weiß nicht Ich habe halbe HP Wo bist denn du lang? Ich habe keinen Heiltrang mehr Ich würde mir jetzt noch welche holen Ich auch nicht Ich auch nicht Ich habe auch keinen mehr Aber der will ab Immerhin Ich könnte höchstens auf Distanz noch ein bisschen was versuchen Ein bisschen zu kiten Wo bist du? Wo bist du? Ich höre dich irgendwo Aber Ich bin da, wo wir herkamen Okay Ich habe nämlich auch keinen Heiltrang mehr Lauf doch mal schneller, Alter Hä, da wo wir herkommen Bestimmt ja gar nicht Also Östlich Östlich auf jeden Fall Aus dem Östen Aus dem Öst Aus dem tiefsten Östen Ich höre auch deine Tipptapp, 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 tipptapp Aber egal, wo ich hingehe Ich höre dich jedes Mal woanders Auah Der hat mich gehauen Oh Gott Oh, 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 oh Den muss ich noch loswerden Den muss ich auch noch loswerden Ja, cool Wo bist du jetzt? Äh, hier Ich habe Auah Wo kommt der denn her? Von drinnen Oh Gott Ich habe kaum noch AP Wir müssen HP Du hast doch irgendwo ein Portal gemacht, oder? Ja, da wo wir herkommen Okay Geh vor Da wo wir wirklich herkommen Ich habe fast Ich bin mit Ich bin One-Shot Nee, oben Vielleicht kommt dir zu nichts Öben Boah Hilfe 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 Oh, danke Oh Boah Ich bin ja richtig geknechtet worden da drinnen Oh Gott Du müsstest mal sehen Einen Heiltrank, um sie zu knechten Einen Millimeter Heilung habe ich noch Oh Gott Ja, hatte ich auch Ja Ekelhaft, ey Was ist sie, mein Freund? Was ist sie für dich? Was ist sie für dich? Ähm Und wieder Tränke holen Ich scheiß mir selbst in die Fasse Guten Appetit Ich überlege, ob ich große Heiltränke mal hole Ja, ich habe mir jetzt wieder kleine geholt Ja, man weiß halt nicht Wie viele kleine brauchst du, um voll zu werden? Das sind ja auch fast schon drei, möchte ich meinen Äh, keine Ahnung Ja, und vom Preis her wäre es ja dasselbe Äh Was ist sie für dich, mein Freund? Ja, heil mich wenigstens, du Stück Scheiße, Alter So Hallo, mein Freund Bleib ein bisschen und hör'n Ich versteh' das nicht Eigentlich müssten noch hier Quests irgendwie kommen Guck mal, unsere letzte Quest war jetzt auf Ebene 3 zu erledigen Ja Wir sind Ebene 7, da muss doch irgendwas sein Boah, ich muss meinen Stab heilen, Alter Reparier'n wir nicht Deine Frühlingsrolle? Hä? Ich schaue eine Säule in der Suche von Antworten Ja, ich mach das immer selber Was? Reparieren Achso Ohne kaufen Ja gut, Haltbarkeit halt, ne? Hm Äh, ne Die haben auch kein Buch der Townportale hier Da könnte man sich diese Scheiß Gekaufe von den Schriftrollen sparen, ey Geldgierige Stück Scheiße Geldgierige Dreckschweine, alle Ja, die ganzen Scroll-Stone-Curse Was benutzt man doch nicht? Scroll-Town-Town Okay Erstmal allen Dreck losgewohnen Mhm Ist ja interessant Ja? Das muss ganz gut steil kommen Das muss ganz gut interessant kommen, alle So, ich komme Ich komme Ich habe mir jetzt einfach mal 10 Haltränke und 5 große mal geholt Um zu testen Was besser geht Wenn du halt Wenn du Wie im Darkroom da eingefangen wirst Du kommst halt nicht Du kommst nicht mehr weg Nee Das ist das Schlimme Das ist wie so ein Magnet Okay Weiter geht's So, du bist ja schon ein bisschen weiter gelaufen Ich bin jetzt nicht Wo du gelaufen bist Da war bestimmt irgendwie nach unten Ja Ein bisschen hier so, ein bisschen da so Ach so Ah hier Gargoyles Die ganzen engen Räume Das ist da tödlich hier Scroll of Guardian Was? Irgendwas Schutzrolle Ja, ich mache so ein drittel Heilung vorhin Mit dem Trank Okay Schmutz Ein bisschen über die Hälfte wahrscheinlich Okay Scroll of Guardian 47 Magie Ja, genau Magie Klingt aber wie so eine Wie ist Mana Äh, ja Ja, auch Oh, Feuerballball Ich habe über deine Frisur erzählt Nein, das war ein Blicken Ein Gülleball Ja, die machen so solchen Bälle Ja, Gülleball Die Schweinebacken Güllehülle Ja Jetzt noch Gülle Gülle Ja Alec Buhm Alec Buhm Alec Buhm Alec Buhm Alec Buhm Alec Buhm Flügel Die kommen doch schon gleich Massen raus Vorsicht Oh ja, oh ja, oh Fist im Sinn, Alter Wer ist denn diese Dreck? Verräter Oh Gott Vertreter Oh 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 Okay, okay Oh Gott Hilfe So Haben wir auch geschafft Alter, ist das ein gesülze hier Scroll auf Nova Verkaufen Nova Hat das nicht mehr Thomas anders als Kette gehabt? Ja, das ist wie bei Thomas, wo es anders ist Nova Ja, genau Ist ja noch was? Lü Ach, willst du liegen denn? Was soll ich damit? Kannst du die Kette selber machen? Ja Schriftrollen verkaufen, die bringen nix Nein Nein Überhaupt nicht Kommt drauf an Was für ihn, ne? Ähm Eine Frühlingsrolle oder eine Schriftrolle? Ja, ein gefleckter Stängel Achso Musst du mal waschen Ja, ja Das Ist halt nicht so einfach Als Frau Als She-Mail nennst du Nee, als Frau Silly McAugler ist eine Frau Okay Warum hast du denn keinen Geruch und so? Ja, weil ich mich pflege Du Fatsch Achso Achso, noch ein Schumel auch Ich rieche nach Frau Weg, raus Aus Aus Oh Gott Die läuft nicht Oh Mann Das Gefühl, manchmal schlägt der gar nicht, obwohl ich drücke Hier auf dem Klo Ja Ist richtig müde Wenn er so eine richtige Zigarre rauspresst, alle Huuu Gut, wir sollten ein bisschen mehr pflichten Noch nicht alle in einem Raum Gangbang hier Einer nach der anderen bitte Oh Mann Level up Noch einen Orgler hier Orgler Okay Buckler Okay, jetzt kann ich Jetzt bin ich auf 60 Mit Dexterry Dexter Was hast du? H.P. Baxter Dexter Oh, danke Was? Ach, da hab ich gefallen lassen Achso Da ist du gefallen Oh, danke Das ist doch nicht mehr normal Regeneriert ja alles wieder voll, egal wie viel Vitality du hast Mit was? Der Halt rein Mit dem großen? Jaja Das ist wahrscheinlich auf kurz oder lang die bessere Variante Auf kurz oder Ja, ja Vorsicht, lass dich bloß nicht catchen Catch me if you can H.P. Catch me if you can H.P. Hey, ich hab schon zwei Trinke auf einmal genommen, weil ich so Wurstfinger hab, Alter Ah Nimm mal raus hier H.P. 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 Deutschländer H.P. Deutschländer Wurstgin H.P. H.P. Oh Mann H.P. 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 Hast du gefettfingert, Alter H.P. 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 Da liegt ein Falke Ab H.P. 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 Fertig Prozent kann man zwar nicht Teil 3 aber ich habe es so gut die Lieben Fallke und auf den Tag absteht da Komposit Staf Kiel Staf Arsch St Zahra aber die Karten identifizieren schriftvolle nämlich das erste Mal ein Amulett gefunden Amulett L.D. Amulett L.D. L.D. Amulett Amulett Rote Toilette Rote Toilette Rote Toilette drin Hey du komm mal her Sieht das nicht gut aus bin ich dick geworden und wieder so ein bisschen ich soll mir aber selbst die Schnauze einschlagen ja mit dem Hammer